Man, das war wohl das Ende dieser Zone. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Oh, wenn Sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Denk nicht darüber nach. Wie soll das gehen? Hier, komm her, Ellie. Okay. Komm schon. Na bitte. Wir sind fast da. Da ist noch ein. Die Poster sind überall. Ich hab den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Bleiben wir wachsam, okay? Okay. 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 Gehen wir durch die Gasse. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Du hast 25 Dosen Plänken? Ja, 24, hab eine verbruchte. Ja, ich muss noch mal verbrücken. Und jetzt bin ich beteiligt, von damals. Die Blumen und wir sind drauf gestohlen und haben reingefahren. Das ist das Wetter. Noch viel mehr. Ja, das war los. So, super. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Oh, come on. Plakier! Bleib dran, du da! Bleib auf uns! Keine Art Geschützturm! Bleib unten! Arschloch, weg von mir! Lass mich los, du Arschloch! Weg hoch! Nein, dann geht's! Joad, Daph! Dankeschön. Wow, echt knapp. Was zum? Hey, ich hab was gehört! Halt die Augen los, Mann! Verdammt nochmal! Joad, reicht von dir! Gar nicht schlecht, oder? Bleib auf uns! Deine Art Geschützturm! Bleib unten! Hinter dir! Verlin! Geht! V bastante! Oh, oh, oh. UNTERTITELUNG Hier drüben! Hier! Jetzt hab ich dich, Arscher! Jetzt hab ich dich, Arscher! Ich glaub, sie sind weg. Ich hab dich, Arscher! Ich hab dich, Arscher! Ich hab dich, Arscher! Verdammt! Joel! Warte, warte! Joel, hör an! Da! Lass ihn in Ruhe! Ganz ruhig! Jetzt nicht schießen! Ist okay! Das sind nicht die Bösen! Nimm sie runter! Warte! Mann, schlägst du hart zu! Ich wollte dich ja auch erledigen! Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls ihr es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel. Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bringen uns hin. Kommt mir nach. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts. Ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kamen wir her? Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen Sie immer. Und du hast nur deine Tochter? Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Das ist sehr ehrenhaft. Halt, halt. Sit mir doch mal leise. Weg von den Fenstern. Sie hauen ab. Mann. Der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du denn? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nicht. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Shit. Hast du es gefunden? Ellie, gib uns Deckung. Danke. Sam, bleib bei dir. Sie wollten nochmal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Ich werde hier suchen. Such da unten. Shit. Das war's. Nicht schlecht, Alter. Fixer. Scheiß Knarre! Dafür wirst du mit sein! Oh, scheiße. durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Ich habe einen Schlüsselmann. Und woher hast du den? Ich habe einen umgelegt. Er braucht ihn nicht mehr. Kommt alle rein. Komm hier durch. So. Wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Äh, auch so? Oh, du bist 14, hm? Beinahe. Wir sind da.